In 1968, my grandparents moved to Canada with Michael Thomas renews too. Ja, einmal die Woche durften wir uns waschen gehen. Am Anfang war es ja, dass Mutti den Ofen aufgemacht hatte und sie hatte so ein rundes Ding. Und solange wir da noch reinpassten, mussten wir dann am Sonnabend unsere Wäsche über uns ergehen lassen. Und sie hat ja auch bloß einen Ofen angemacht. Wir hatten ja nachts im kalten Schlafzimmer. Mussten wir uns ja ankuscheln. Und senst nicht noch, wenn wir Jammert hatten und das Kettenkarussell und du hast ewig gekotzt. Und da war doch das Haus am Deich, da war doch oben die Lotteannahmestelle. Da oben war die Mittelschuhe. Was soll ich bestellen? Räucherfisch. Wir machen einmal im Monat ein Fischessen. Räucherfisch. Und bestellen wir immer Räucherfisch. Du, unsere Oma, eure Mutter, war auch eine gut aussehende Frau. Wissen wir früher mit Ihnen? Ja. Happy Birthday! Was? Ja. Du hast heute geboren? Ja. Und unser Vater wäre jetzt schon 100... Oh, der ist 87 geboren, 1897. Oh, 97. 97. Ja, der wäre jetzt 170. Mein Vater war ja alt, wie ich geboren wurde. Er war ja schon 51. Hat er das hier doch ansteht. So. Dann habe ich einfach keinen Scherl. Julian, are you gonna finish this? Oh, and I have a lemon. Ich wollte das doch gerade sagen. Ja. Ja. Das ist so. Oh. I need a fork. A salad is your sauce. Your salad. What's this? Is this the lemon? No. No, that's the fruit. Honig mit Honig. Honig mit Honig. Hat ihn mehr rein. Ah, honig. Könnt ihr der Kleine noch angeziehen? Ja, klar. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear sexy. Happy Birthday to you. Recht vielen Dank für alles. Ja, vielen Dank, Professor.